Eine Sache noch, ich habe ja letztes Jahr den Sascha von Daily Nerd Alert, Ah, bist du deppert. Ah, nee. herausgefordert, auch diese Challenge zu machen und beide haben mir eigentlich zugesagt. Nur ist es ein Jahr vergangen und beide haben eigentlich diese Challenge noch nicht gemacht. Kann gar nicht sein. Ich weiß, dass Sascha schon sehr mit dem Gedanken spielt, weil ich mit ihm viel in Kontakt bin. Er hat geschrieben, er mag Challenges. Also von daher sind ja die Voraussetzungen wunderbar und ich würde es auf jeden Fall freuen, jetzt haut er die Leute auch noch an, einen Kommentar zu machen. Hallo zusammen. Ja, der Kaffee ist am Start. Heute geht es um eine kleine Challenge, die vom Stefan kommt, vom Bouchsportek. Da geht es darum, hier längere Zeit eine Ruhe zu testen und er hat uns ein bisschen herausgefordert, das ist schon vor einem Jahr und jetzt habe ich es mit Kindern, Familie, so weiter organisiert bekommen, dass ich mich zumindest mal der Challenge stellen kann. Die erste habe ich schon geschafft. Ich bin heute Morgen um 6.20 Uhr am Sonntag aufgestanden. Das ist schon sehr bitter, aber es hat gut funktioniert und jetzt geht es gleich los. Die Challenge besteht darin, in 12 Stunden jemals jede Stunde 4 Kilometer zu laufen und der Stefan nutzt es immer zum Akkutest. Ich habe momentan jetzt keine Uhren, weil ich alle noch ein Ladegerät habe. Ich werde auch mit 4 Uhr laufen und zwar, ich mache einen Akkutester mit der Phoenix 8 Amulet Version in der 51 mm Variante, der Solar Version auch in der 51 mm Variante, ebenfalls die Phoenix 8 und dabei ist dann auch die T-Rex 3, die ich gerade noch teste. Da gibt es jetzt mal den Langzeittest, was da jetzt mit der Akkulaufzeit passiert und natürlich auch die Apple Watch Ultra 2, die ich dann entsprechend auch hier mit dem WLAN abschalte, beziehungsweise die dann hier nur wirklich GPS Daten misst und die Uhren werden jeweils auch nicht ausgeschaltet, das heißt also die laufen auch dann wirklich 12 Stunden durch. Bei der Challenge geht es aber nicht darum, jetzt hier Bestzeiten aufzulaufen, sondern hier, ja, man kann alles machen, man kann laufen, man kann gehen, es geht einfach nur tatsächlich ums Ankommen und es generell zu schaffen. Für mich ist es eine große Herausforderung, weil die größte Strecke, was ich bis jetzt gelaufen bin, war ein Halbmarathon, das war natürlich am Stück, das ist ein Unterschied. Bei der Challenge habe ich natürlich die Möglichkeit zu regenerieren, das heißt also, wenn ich dann jetzt hier, keine Ahnung, eine halbe Stunde für die 4 km brauche, habe ich eine halbe Stunde Ruhepause und dann geht es wieder weiter für die nächste Tour. Ich habe mir dann auch verschiedene Touren zusammengestellt, um einfach mal zu gucken, was hier so in der Gegend zu laufen ist. Manche sind mal ein bisschen etwas länger, 4,2 km, manche etwas kürzer, sind 3,9 km, also so die Mischung macht es an der Stelle, was halt natürlich hier möglich ist. Genau, die erste Tour wird jetzt gleich auch zum Bäcker sein, das heißt also, ich werde dann hier mal die Mannschaft mit Frühstück versorgen, da freut sich dann meine Frau drüber, die das sonst immer macht, ehrlicherweise. Ich bin dann beim Frühstücksdienst jetzt nicht so der, der hier glänzt mit viel Anwesenheit beim Bäcker. Das ist immer so der Part, den mir meiner Frau meistens übernimmt. Ja, die T-Rex 3 standet bei 91%, die habe ich leider nicht mehr geschafft, ganz aufzuladen. Das ist ein bisschen blöd, aber ich denke, sie wird es schaffen. Sie läuft übrigens auch auf intelligenten GPS. Die Apple Watch Ultra 2 ist hier auf 100% aufgeladen. Die Phoenix 8 Solar, die ich jetzt hier auch auf der Seite trage, wo dann die Einspeisung stattfinden kann, ist auf 100% geladen und die Phoenix 8 in der AMOLED-Version ebenfalls auf 100%. Ja, da geht es auch jetzt schon los mit der ersten Runde. Ihr seht, es ist noch ziemlich dunkel. Ich vermute mal, die Bildqualität wird auch jetzt nicht so die beste sein, die wir jetzt gerade hier sehen. Und ich habe jetzt auch schon Licht dabei. Ich glaube, ich bin jetzt noch gleich richtig ins Dunkle. Und die Schwierigkeit wird am Anfang auf jeden Fall sein, hier langsam zu laufen. Das heißt also auch wirklich eine niedrige Pace zu haben. Und ich hoffe, das mit dem Wind funktioniert auch so halbwegs. Die Aufnahmen passen soweit. Genau, da würde ich sagen, starten wir mal durch. Die Phoenix-Uhren laufen übrigens auch beide hier im Start IQ-Modus. Das heißt, also auch diese suchen sich hier das beste GPS raus. Aber energiesparend, das gleiche wie dann hier. BMS für T-Rex 3. Ja, die erste Runde ist gelaufen. Da ist vielleicht jetzt mal ganz interessant, über die Strategie zu reden, die ich mir hier so zurechtgelegt habe. Es gibt bestimmt einige, die werden da sagen, na gut, das ist jetzt nicht viel Strecke. Herausforderung ist aber tatsächlich einmal die Zeit. Und natürlich, wie gesagt, dass ich diese Distanz bis jetzt noch nicht gelaufen bin. Als Strategie habe ich mir überlegt, mir drei Strecken auszusuchen, beziehungsweise habe ich gemacht, drei Strecken geplant. Wobei die hat sich jetzt wirklich als schlecht herausgestellt. Die ist total durchweicht. Die müssen ein bisschen anpassen mit der Planung. Das heißt also, Abwechslung, mal was anderes sehen, nicht immer das Gleiche laufen. Ich möchte auf jeden Fall von Anfang an langsam laufen. Ich habe mir jetzt auch hier so ein Iso-Getränk organisiert, dass ich dann die Salze, Magnesium etc. auch immer alles schön nachlieferen. Das heißt also, auch kundinärlich hier trinke. Und den Energiehaushalt versuche ich ja wirklich hochzuhalten, dass da wirklich nichts da einbricht. Und ja, ich kriege da auch noch ein bisschen Unterstützung von meinen Kindern. Die wollen einmal eine Runde mitmachen von meiner Frau, mit der ich zum allerersten Mal laufen werde. Das hat es nämlich noch nie gegeben, tatsächlich, dass wir mal zusammen laufen. Entweder waren die Kinder zu jung oder ich war zu schnell. Und das wird auf jeden Fall auch für uns hier Weltpremiere. Und genau, so ein bisschen, wie gesagt, Abwechslung reinbringen, das ganze Thema. Und nicht immer daran denken, oh je, jetzt habe ich noch eine Runde zu laufen, noch eine Runde zu laufen. Oder es sind noch ein Kilometer. Das wird irgendwann sicherlich kommen. Aber ich möchte es halt so wenig wie möglich oder so gering wie möglich halten, um dann auch wirklich das Ziel zu erreichen. Ja, jetzt frühstücke ich. Ich bin schon eigentlich so zu spät. 7.45 Uhr, eine Viertelstunde geht es schon wieder los. Ich bin ein bisschen spät losgekommen mit den ganzen Kameras. Organisation, weil das ist nämlich auch so ein Thema. Also nicht nur, dass ich euch jetzt mitnehme. Du musst gucken, dass die Kamera geladen ist. Du musst gucken, dass die Uhren hier noch laufen. Du musst schauen, dass du dann das Videomaterial schon anschaust, was du machst. Ob da irgendwie ein Fehler drin ist mit Ton. Das heißt also, man hat dann auch hier so ein bisschen nebenbei was zu tun. Und wenn die Bildqualität jetzt nicht vielleicht die beste ist, wie ihr gewohnt seid, dann bitte ich das zu entschuldigen. Das ist alles hier, wie es halt aktuell gerade ist. Aber ich gönne mir jetzt erstmal ein Frühstück. Hier ist mein kleiner Drink, den ich nebenbei nehme. Ich habe mir da mal was organisiert. Ist nicht gesponsert, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann geht es jetzt auch mal los mit dem Essen. Guten Appetit. Ja, Runde 2 am Start. Also 8 Uhr, kurz nach 8 Uhr. Ich will immer zur vollen Stunde laufen. Habe ich jetzt nicht so ganz geschafft. Also zumindest beim Start nicht. Und deswegen habe ich jetzt auch noch eine Viertelstunde Pause gehabt. Also ich möchte auf jeden Fall längere Pausen haben. Und ja, trotzdem ist es ganz wichtig, langsam zu laufen, weil das wird hinten raus dann fehlen, wenn man jetzt hier sich auspowert. Und es muss jetzt wirklich entspannt laufen. Ja, und die Phoenix Touren verfügen ja bei einer Stamina-Funktion. Das heißt also, wie viel Restkraft hast du noch für deine Tour, was du gerade machst. Und ich sag mal so, also ich will so 40 laufen, 40 Kilometer, also über 40 Kilometer, sogar fast 50. Und naja, 23,5 ist jetzt nichts an die 40, 50. Schauen wir mal, was im Innschluss rauskommt. Ja, und das Praktische ist auch, wenn man zwei Garmin-Uhren trägt. Hier sind es 21,5 Kilometer. Hier sind es 21,5 Kilometer. Ha, langt doch, oder? Man muss es nur zusammenzählen. Ja, und das Wichtige ist auch stetige Energiezufuhr. Ich habe jetzt mal ein schönes Brötchen aufgemacht, zweites Frühstück und auch was zum Gönnen. Ja, und nebenbei sicht ich schon das Videomaterial, ob alles passt. Und die Uhren sind auch ganz gut am Start hier. Wenn wir mal ganz kurz auf die Akkustände schauen, die Uhren laufen nur 2 Stunden 30. Ich habe die Apple Watch Ultra immer hier mit dem Wassersperrmodus, dass hier nichts rumgeschaltet wird. Akkustand ist momentan bei 84%. Bei der T-Rex 3 habe ich leider nichts gefunden, wo man es direkt sehen kann. Aber man sieht, oben zumindest ein Akkustand ist noch recht gut voll. Bei der Phoenix 8 in der Airblad-Version sind sie momentan 96%. Und bei der Phoenix 8 Solar 94%. Die hat jetzt ungefähr 2% mehr Verbrauch gehabt. Aber ich habe jetzt auch gerade die Hintergrundbeleuchtung etwas von neu gedreht. Die war da etwas zu hoch gedreht. Und mir ist gefragt, was für Symbole hier oben sind. Einmal hier jetzt Telefon, da unten sind so Augen. Das ist Live-Track. Hm. Ich bin jetzt gerade irgendwie überfragt. Naja, schauen wir mal, was zum Schluss rauskommt. Kalle hier auch, Stefan. Grüß dich. So, Runde 5 mit Begleitung. Hallo. Hi. Spontan eingeladen. Was hat dich denn überzeugt, so spontan mitzukommen? Ich wollte, dass es dir nicht so langweilig ist, wenn du 12 Runden heute laust. Ich dachte, das Argument mit langsam laufen und ich bin schon so halb am Arsch, renn dir dich weg, ist ein besseres Argument. Ich habe einfach auch nichts Besseres getan. Jetzt mal langsam merke ich auch ein bisschen die Beine. Bis bei dir. Super. Na, 300 Meter. 300 Meter im Fläu. Genau. Ja, die Anni kennt ihr ja schon vom Blog, den ich irgendwann eingestampft habe. Und ja, wir machen jetzt mal hier unsere kleine Tour. 4 Kilometer und schön entspannt, gemütlich. Ich habe jetzt hier knapp 21 Kilometer drauf. 20,9 Kilometer. Ich laufe immer so das letzte Stück noch ein bisschen zum Runterkommen, zu den letzten 500 Meter. Und freue mich jetzt über Begleitung. Das war echt gut, eine Runde 5. Ich merke schon ein bisschen die Beine. Du auch? Nee, geht noch. Geht auch, ja. Ich beleide dich aber so gar nicht, was du heute alles noch vorhast. Ja, es ist endlich auf meinen Mist gewachsen. Ja. Macht einfach so. So ein Männerding, ne? Ja, so ein Männerding. Challenge accepted. Sagt die, die eine Frau ist, wahrscheinlich immer rumzickt. Aufpassen. Aufpassen. Nee, also Runde 5 ist jetzt beendet, beziehungsweise ich bin gerade auf dem Heimweg. Und vielen Dank nochmal für das Sieglaufen. Gerne. Spannend war. Wir sehen uns dann in Runde 11, 12, ja? Klar. Klar. Habt ihr gehört. Ja, so, jetzt Runde 6. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Gehen, um mich wieder einzulaufen. Und ja, die Challenge ist ja auch Gehen oder Laufen. Und ich merke es schon ein bisschen, muss ich sagen. Das wäre gelogen, wenn nicht. Für mich ist jetzt alles, was jetzt kommt, moment. Weil die Strecke habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Zumindest nicht gejoggt. Also wie gesagt, war die höchste Distanz. Und über die Distanz gehe ich jetzt drüber. Und dann schauen wir einfach mal, wie das jetzt hier weitergeht. Und ja, und das Schöne ist, auch bei der T-Rex 3 bekommt ihr auch dann immer Live-Trainingsdaten angezeigt. Wir sind jetzt hier aeroben, an aeroben Bereich. Habt ihr immer live mit dabei. Das heißt also, es ist auch immer schön hier im Überblick. Und wir sind jetzt hier auch 21 Kilometer, sagt die Uhr. Ja, die T-Rex 3 ist zumindest, was die Kilometer angeht, etwas niedriger. Zum Vergleich, die Phoenix 8 in der Solarversion mit intelligentem Sata-IQ. Kommt ihr auf 21,85 Kilometer, also deutlich höheren Wert. Aber ich bin jetzt auch viel zu Hause, lasse die Uhren durchlaufen. Und das ist natürlich kein Referenzwert in dem Sinne, weil beide Uhren laufen hier dann auf Sata-IQ. Beziehungsweise intelligentem System. Und hier, das ist eine Prappel, die ich vorhin meinte. Einer der vielen Wege. Hat alles hier komplett zermatscht hier. Naja, weiter geht's. Ja, ich ziehe mir jetzt gerade mal kurz einen kleinen Kaffee. Ich habe jetzt die siebte Runde gerade absolviert. So als kleine Ergänzung, die Uhren laufen auch durch. Das heißt, ich habe jetzt hier 6 Stunden 34 Aktivitäts-Tracking auf den Uhren drauf. Und knapp bis über 30 Kilometer. Was sagt die Phoenix 8? 29,31 Kilometer. Also ich bin ein bisschen über dem Soll. Ich laufe hier auch in der Wohnung so ein bisschen rum. Und ja, das verfälscht natürlich so ein bisschen das Ergebnis. Aber es kommt am Ende darauf an, das gemacht zu haben. Und ja, jetzt gibt es erstmal ein bisschen Koffein. Die Challenge habe ich ja jetzt nicht mir selber ausgedacht. Da hat mich ja der Stefan hier eingeladen dazu, das Ganze zu machen. Und Grüße gehen auch raus an Stefan. Ihr könnt mal gerne bei seinem Kanal vorbeischauen. Der testet hier auch Sportuhren. Hat einen anderen Fokus. Der ist ein bisschen mehr Langstrecke unterwegs. Und macht ein bisschen mehr Krafttraining als ich. Und hat auch sehr gute Tests. Also falls du ihn nicht kennst, schaut beim Stefan mal vorbei. Wir sind auch im Regenaustausch. Verstehen uns auch wirklich sehr gut. Ich würde sagen, einer der positive Effekte von YouTube ist, den Stefan kennengelernt zu haben. Und es macht wirklich Freude, sich da immer auszutauschen. So, wie gesagt, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee aus einer seriösen Tasse. Und es geht ja auch schon gleich wieder los. Wir haben jetzt 13.42 Uhr. Das heißt also, die 14 Uhr Runde steht dann auch gleich an. Ja, ich muss auch echt sagen, die Energien neigen sich langsam zu Ende. Bei der Batterie sagt noch 1,5 Kilometer. Und ich bin jetzt eine Runde 8. Fast fertig. Ja. Aber schönstes Wetter, wie schon gesagt. Perfekt. Und jetzt hier gerade schön an der Straße lang. So eine kleine Motivationsrunde. Ich wohne nämlich hier hinten. So eine kleine Runde. Ich glaube, es ist doch immer die gleiche. Und ja, schauen wir mal. So, nach 8.44 Uhr dürfte für viele auch der Akkustand interessant sein. Weil das ja so eine Sache ist, wenn man wandern geht, wo viele dann auch machen. Das sind jetzt hier die T-Rex 3. Oben sehen wir einen Akkustand. Die hat noch so ungefähr ein Viertel verbraucht. Bei der Apple Watch Ultra haben wir jetzt hier 37%. Alles hier im Always-On-Modus. Bin ich mal gespannt, ob sie das durchhält. Bei der Phoenix 8 Amulet haben wir jetzt 86% Akkustand. Und bei der Phoenix 8, haben wir gerade gesehen, 82% Akkustand. Also die hat irgendwie einen höheren Verbrauch. Warum, bin ich mir jetzt gerade ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Ja, und so sieht die Garmin-Battery aus, wenn sie sagt, hier, du Vogel, was machst du denn da? Ja, aber ich kann auch nur gehen. Also ich bin echt im Arsch. Runde 9. Oh, Leute, was mache ich da für Zeug, ey? Alter Vater, meine Beine. Ich habe gerade schon hochgerechnet, wie lange es dauert, wenn ich nur gehe. Ich habe echt wirklich Grenzbereich. Ernsthaft. Aber der Kopf macht noch mit. Das ist wirklich jetzt gerade herausfordernd hier für mich. Runde 9 hat es wirklich in sich. Ich dachte schon, Runde 8 ist schlimm. Aber 9 ist nochmal. Boah. Aber nach der 9 kommen die 10. Und 10 ist zweistellig und nahe an der 12. Also, scheiß drauf, weiterlaufen. Ja, Runde 10 erreicht. Und diese Dame hier ist die mit diesen schlechten Fritzchenwitzen. Runde 10 ist jetzt für uns Premiere. Das erste Mal laufen zusammen. Ach, die wird total gelb. Und ihr können wir eigentlich verdanken, dass wir diesen ganzen Quatsch überhaupt machen können, weil sie nämlich die ganze Zeit Kinder betreut, mir was leckeres zu essen gekocht hat. Und mich heute Abend auch bekochen wird. Genau, wir werden jetzt einfach die 10. Runde laufen. Ich glaube, gehen ist vielleicht eher zu. Schauen wir mal, wie es wird. Die Kids dürfen ein bisschen zocken. Und wir hoffen, dass sie uns zerfleischen. Genau, also Runde 10. Altbekannte Runde. Für dich ist es die normale Runde, ne? Du, Frau, ich weiß gar nicht, wo wir laufen. Ja, wir neigen uns langsam am Ende der Runde 10. Und ich glaube, es ist sehr frisch, gell? Dynamisch. Außer berghoch. Alter Schwede, Junge, so wie bei 1W. Also, joggen geht gar nichts mehr. Zoom auch echt leid für dich. Ach, um Gott. Und jetzt, wenn es klappt, geht mein Kleinstes gleich mit. Und dann machen wir eine kürze Runde, drei Kilometer. Ich bin jetzt auch hier voll im Soll oder im Haben. So, 41,3 Kilometer. Ich bin 1,3 Kilometer eigentlich über die Distanz, die ich machen müsste. Das heißt also, drei Kilometer sind okay. Okay, weil hier geht es ja auch dann um das Abschließen. 48 Kilometer ist das Ziel. Genau, hast du noch weise Worte? Nein. Außer, dass ich einen Schuss habe. Ich habe jetzt schon gesagt, dass ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. So, ich übersetze es mal auf Schwäbisch. So habe ich das nicht gesagt. Stimmt, allerdings. Ja, gleich ist es soweit. Meine aller, aller erste Marathon-Distanz. Und bei dieser Zeit von über 10 Stunden werden die Sponsoren bestimmt lange stehen. Keiner so gut. Gleich haben wir es geschafft. Na gut, es sind ja 4,2. Irgendwie sowas. Gut, wenn wir dann die 4,3 haben, dann hat man es auf jeden Fall durch. Das Wetter ist auch hier optimal. Schöner Sonnenuntergang jetzt schon. Das heißt, also Tag daigt sich auch schon am Ende zu. Und hier kommen wir jetzt tatsächlich 4,2, glaube ich, ist es. Egal, wurscht. Ich habe noch ein paar Meter vor mir. Marathon-Distanz, das erste Mal in meinem Leben. Ich bin stolz auf mich. Tatsächlich keine Top-Zeit, aber egal. So, letzte Runde. Und mein Großer ist dabei. Moin, moin, genau. Der unterstützt mich jetzt hier noch. Der macht jetzt hier mit mir noch die letzten 3,5, 4 Kilometer. Muss ich noch machen. Dann habe ich die 48. Beziehungsweise 4 Kilometer. Aber der Papa läuft nicht mehr rund, ne? Ja. Der läuft wie so ein Rentner. Genau. Und wir sind jetzt hier, wie gesagt, auf den letzten Metern. Und wir sind jetzt vor allem entspannt, weil es ist völlig egal, wann ich jetzt heimkomme. Weil ich muss jetzt nicht eine Tour danach machen. Sondern kann einfach dann entspannt mir die Füße hochlegen. Noch hier die Uhren abfilmen. Die Akkustände aussehen. Du gehst danach ins Bett. Du gehst danach ins Bett. Ja, wir haben ja noch was Essen bestellt, ne? Ja. Ganz lecker, genau. Und die Uhren abfilmen. Und dann geht es auch in den favoritierten Feierabend, sozusagen. Weil der Tag neigt sich auch schon langsam am Ende zu. Sehen ihr hier, die Sonne geht schon unter. Das heißt also, die Tage werden kürzer. Ja, dann machen wir jetzt die letzten Meter, ne? Ja. Danke für deine Unterstützung. Ja, jetzt habe ich noch 500 Meter. Dann habe ich es gleich geschafft. Ich muss aber noch ein ganz kleines Stückchen weiterlaufen, damit ich die 500 Meter habe. Ich habe mich ein bisschen gerade vertan in der Runde. Und dann habe ich die 48 Kilometer auf der Uhr. Und ja, dann habe ich es endlich geschafft. Dann gibt es endlich leckeres Essen. Dann gibt es endlich leckeres Essen. Ja, war mega anstrengend, aber hat echt Spaß gemacht. Aber das landet auch erst mal fürs Weile. Und du gehst jetzt schon nach Hause, ne? Da kannst du gleich schon was essen. Ich mache noch die extra Meile. Und dann hören wir uns dann gleich, was die Akkustände angeht. Ja, wir nähern uns jetzt den Ziel auf 40 Meter. Dann haben wir die 48 geschafft. Die Fenix 8 oben im Salat zeigt ein bisschen weniger an. Ich richte mich aber jetzt nach der MWD-Version. Ich kann einfach nicht mehr. Und ich weiß eigentlich, dass die Strecke auch gepasst hat. Also von daher gehe ich davon aus, dass wir einfach oben einen kleinen Messfehler haben. Aber bei der Distanz halt auch kein Wunder, dass da Messfehler passieren. Wie gesagt, ich bin dann oft zu Hause drin. Und ja, je nachdem welchen Satellit wir haben. So, noch 30 Meter. Und dann ist das Ganze auch endlich beendet. Ich bin echt jetzt wirklich fertig. Und freue mich hier mega aufs Essen. Da, da, da. Noch 2 Meter. Ne, 20. Oh Gott, ich kann nicht mehr mal sprechen. Und dann haben wir das Ganze auch gleich geschafft. 9,90. Und da kommt noch eine Sprachausgabe. Da, da, da. Noch ein kleines Stück. Komm, Tick. 48. Ja, ist auch noch ein kleines Moment. Jetzt. 48. 14 Minuten. 29. 11 Stunden und 41. Jo, man hat mich 47, 73. Aber wie gesagt, ich richte mich nach 3 Uhr. So, als erstes fangen wir jetzt mit der T-Rex 3 an. Wir sind hier 11 Stunden 42. Sieht auch die wenigsten Kilometer drauf. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht ernst zu nehmen. Dadurch, dass ich halt wirklich dann auch drin bin und da rausgehe. Und ja, ist auch etwas schwierige Bedingungen. Die Uhr hat jetzt hier ein intelligentes Messungssystem gehabt. Hier oben wird ja noch angezeigt, dass der Akku relativ voll ist. Jetzt schauen wir einfach mal. Wenden wir das Ganze mal. Und dann werden wir auch gleich sehen, was dann hier die Akkulaufzeit sagt. Gehen wir mal raus. Das ist maximale Distanz. Und wir gucken mal rein. Wir sehen jetzt hier 61%. Also das ist wirklich ein Top-Wert. Mensch. Wie gesagt, ich habe das Ganze hier jetzt auf intelligentes System. Und wir sind nicht bei 100% gestartet, sondern ich meine bei 90%. Ich blende es einfach mal ein. Also wirklich ein sehr, sehr guter Wert, was die T-Rex 3 angeht von EMAZ Fit. Als nächstes im Bunde haben wir die Apple Watch Ultra 2. Auch hier sind es etwas weniger. 47,51 Kilometer. Jetzt gucken wir mal auf den Akkustand. Ups, das war hier unten. Sehen wir jetzt hier 17% Restakku. Die Uhr ist mit 100% losgelaufen. Das heißt also, auch hier wäre es kein Problem gewesen, die Distanz aufzuzeichnen. Wir haben hier 11 Stunden 44 drauf. Alles im Always-On-Modus. Das heißt also, es war nur jeglich das WLAN ausgeschaltet und LTE. Das heißt also, das gab es nicht. Und die Uhr stand auf Stumm. Das heißt also, ich habe hier auch keine akustischen Signale bekommen. Als nächstes im Bunde haben wir dann die Fenix 8 in der Solarversion. Das sind jetzt hier 11 Stunden 45 und 47,8 Kilometer. Und wenn wir zum Akkustand gucken, sehen wir auch hier oben 76%. Restakku hat noch die Fenix 8 in der Solarversion. Wir sind hier oben, wenn es gerade eben eingeblendet, 76%. Und auch hier sind wir bei 100% gestartet. Und last but not least ist die Fenix 8 im Always-On-Modus. Also hier war es diesmal jauerhaft angewiesen. Und hier haben wir eine Akkulaufzeit von 81% und Restakustand. Und ja, das ist sehr gut. Auch hier Satellite Q-Modus sowie die Fenix 8 in der Solarvariante. Und dann werden wir es auch die ganze Zeit auch hier gleich beenden. Und dann geht es zum Leckeressen. Zwei Tage sind nun vergangen. Ich kann endlich wieder normal stehen. Und da bietet sich natürlich ein kleines Resümee an. Die T-Rex 3 von Amazfit hat hier wirklich sehr gut abgeschnitten. Mit gerade mal 30% Akkuverbrauch bei fast 12 Stunden Laufzeit. Bei aktiviertem Always-On-Display. Als natürlich auch mit intelligentem GPS-System ist das wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Und die Uhr bietet sich auf jeden Fall an, auch hier längere Strecken aufzuzeichnen. Bei der Apple Watch Ultra 2 sah es etwas anders aus. Hier hatten wir eine Restakkulaufzeit von 17%. Ich weiß, dass der Stefan hier einen Röhrenwert hatte. Ich hatte jetzt hier wie gesagt das Always-On-Display eingeschaltet. Das WLAN war ausgeschaltet. Und LTE war ebenfalls abgeschaltet. Nichtsdestotrotz, ich habe ab und zu mein Handy dabei gehabt. Ich habe Musik gehört. Und ich vermute einfach, dass hier ihr ja die Musik einstellen könnt. Dass hier ein dauerhafter Datenstream stattgefunden hat. Und dass hier nochmal auf die Akku-Laufzeit gegangen ist. Was dann die Phoenix-Uhren angeht. Das ist natürlich ein sehr interessantes Ergebnis. Weil ich gerade bei der Phoenix 8 in Amazfit Version hier einen niedrigen Verbrauch hatte. Als bei der Phoenix 8 in der Solar-Version. Die Phoenix 8 in der Solar-Version hatte dann auch noch eine Einspeisung oder Sonneneinspeisung von 75k Lux. Das heißt also, hier gab es dann auch noch eine Energiezufuhr. Beide Uhren sind auf der gleichen Version gelaufen. Das heißt also, beide Uhren haben jetzt hier die Version 11.89 gehabt beim Test. Beide Uhren hatten im Fokusmodus auch die gleiche Einstellung, was hier die G-Bass-Messung angeht. Also intelligentes System. Und beiden hatten auch die Aktivierung mit Gestensteuerung. Das heißt also, wenn ich die Hand hebe, dann wird hier die Hintergrundbeleuchtung aktiviert. Das heißt also, auch bei der Phoenix 8 Solar war das aktiviert. Und das Ganze stand hier auf etwa ein Fünftel Helligkeit. Ich vermute, dass unter anderem die schlechtere Akku-Laufzeit der Phoenix 8 Solar damit zustande kommt, dass hier durch die Aktivierung der Gestensteuerung hier die Hintergrundbeleuchtung immer wieder aktiviert wurde. Beziehungsweise eingeschaltet worden ist. Ein weiterer Grund könnte an dieser Stelle auch die Software-Version 11.89 sein. Das hier an dieser Stelle irgendwas nicht optimal für die Solar-Version eingestellt ist. Wie gesagt, alle Einstellungen waren an dieser Stelle gleich. Das heißt also, Blutsauberstoffmessungen waren aktiviert. Als natürlich dann auch andere Daten, die die Phoenix 8 hier so messen kann. Und da kommt natürlich bei längeren Laufzeiten hier entsprechend auch schlechtere Akku-Laufzeiten raus. Wenn man sich nämlich jetzt den Stundenverbrauch anschaut, so komme ich bei der Phoenix 8 Solar auf 2,05% pro Stunde. Während es bei der Phoenix 8 AMOLED hier jährlich 1,64% pro Stunde war und das bei eingeschalten Always-on-Display. Ich kann man an dieser Stelle aber nicht erklären, warum dann die Phoenix 8 Solar hier in Anführungszeichen deutlich schlechtere Werte bekommt als die AMOLED-Version. Was man aber hier aus dem Test wieder sagen kann ist, dass egal für welche Uhr du dich entscheidest, sei es das Memory-Pixel-Display oder AMOLED-Display, die Uhren haben auf jeden Fall mittlerweile sehr gute Akku-Laufzeiten. Auch für längere Mehrtagestouren ist es hier auf jeden Fall kein Problem. Man muss bedenken, ich habe die Phoenix 8 AMOLED-Version hier im Always-On-Modus betrieben. Das heißt also, wenn du diesen deaktivierst, sind auf jeden Fall auch nochmal hier bessere Laufzeiten möglich. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Es war ein bisschen unterhaltsam. Du konntest ein bisschen was an Informationen mitnehmen. Für mich war es auf jeden Fall eine tolle Challenge. Wenn es auf jeden Fall gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen hoch da. Das freut mich den Algorithmus. Wenn du noch mehr rund um meinen Kanal sehen möchtest, meine Tests, dann verlinkt dir auch mal Best-of-Playlist, da kannst du mal reinschauen. Ansonsten bin ich in der Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.